Hi Leute, Silly und Alex hier. Frohe Weihnachten. Zumindest für uns. Wir gammeln gerade rum und haben hier, Moment, machen wir mal Vollbild, und haben hier so ein bisschen Isaac gespielt im Koop-Modus. Können wir mal demonstrieren. So, hier lauf ich. Fear my wrath. Ja, wir haben wirklich hier Demon Baby. Ja, in der Tat. Explosive Thoughts, und Headless Baby. Und wir haben gerade unseren Charakter gererollt und sind ein bisschen sehr imber geworden auf einmal. Und wir zwei mal gucken, wie das Ganze gleich endet. Magnet Hype. Das Mikrofon, ich seh nix. Dammit. Warte, warte, warte. Ich hoffe mal, ihr hört mich noch. Ganz gekonnt. Guck mal, ich kann auch noch ein Stück rücken. Schiebung. Danke, los geht's. Wuuuuh. So schwer. Und fürs Protokoll, wir haben beschlossen, äh, wer getreff-, äh, getreffen. Getreffen. Wer getroffen wird, muss trinken. Also, wer neu ist, muss kämpfen. Verklappereferenz, by the way. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh. 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 Das ist von einem anderes Geräusch. Welches zum Beispiel? Keine Ahnung. Okay, wir machen schon irgendwie ein bisschen sehr viel. Ah, ich hab grad damage bekommen. Damn. Trink, silly, trink. Oh, nur Momento. Du, Faggot. Disco, Disco. Party, Party. Party. Ey. Pass auf, was? Ah, was? Ah, was? Ah, was? Ah, was? Ah, was? Set. Okay. Das ist schon irgendwie eine krasse Form von Technology. Alter. Ey, kann es sein, dass wir, ähm, Double Shot haben? Oh shit. 2020 würd ich sagen. Ey, was ist denn los? Ich seh so schlecht. Äh, mach doch mal was nicht aus. Ne, das hat nicht gesagt. Das ist so gut. Kann ich mal machen? Ey. Warte mal, kann ich schon mal zurück und hin? Äh, kann ich mal neu starten? Was neu starten? Ja, damit ich ein bisschen mehr... Oh, so. Ja, ja, nur zu. Joink. Awesome. Awesome. Ich will meine Anuswolke. Also die will ich nicht reiten. Äh. Ich will meine Anuswolke. Okay. Tross. The Fordham. Nice. Gratis Dabulum-Item. Alter. Slip. Oh, das hört sich nach unten an. Ha, 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 ha. Du hast Damage genommen. Ja. Äh, kleinen Moment, Leute. Auf Wiedersehen. Geist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist denn los? War nicht meine Schuld. Ja, warte! Hier passiert doch eh nichts. Ah, nee, wir haben Ghostbaby. Jep. Logins. Joink! Okay, okay. Erstmal gar nicht würde ich vorschlagen. Nein, nein, nein. Tiki, Tiki. Aaaaaah. Doldja. Ja, das ist die Nervosität. Sobald sie auf Kamera ist und so... Nimm doch bitte die Balls aufs Tier. Die bringt uns ja gerade noch nicht allzu schnell. Lopi, Lopi. Da oben, da oben, da oben. Lass mich ganz kehre. Jetzt höre ich öfters. Hahaha. Aber jetzt wird es sich eigentlich lohnen, oder? Die war so viel? Nö. Ja, aber mir fehlt nur ein halbes. Sobald du select, äh, startdrückst, hab ich wieder vor das Leben. Ja, ja, ja. Ah, doch, du hast recht. Warte mal, ich hab ne andere Idee. Äh, drück mal start. Okay, drück noch mal start. Ich hab doch gesagt, es wird sich lohnen. Aber nein. Das ist aber keine Ahnung. Nö. Es ist Lemieux-saaah. Ha. Kannst du mir auch ruhig Bescheid sagen, aber nein. Lemieux-saaah! Damage. Ah, tsch ok. Take it. Take it! Hier in my pain. Golden key. Bum bum. Ruhe. Zwei. Okay. Moment, wir haben ein Guppy-Item, haben wir aber, ne? Ja. Hatten wir zumindest. Mach mal bitte. Wir kriegen jetzt zweimal fliegen, Kamikaze fliegen. Siehst du, wie der Aufleiterbalken fließt? Was? Und die Bibel können wir gegen die Mutter benutzen, weil dann wird sie sterben. Ja, keine Ahnung. Die Bibel. Es ist wirklich geil, wir gehen nach Hause. Isaac oder? Ah, du warst noch nicht bei Isaac, oder? Nein, deswegen? Isaac, woher gehst du? Was? Warum? Isaac mache ich dir in einer regulären Episode. Oder? Ich meine, ich habe sowieso das Negative mitgenommen. Ich meine, ich bin hier. Kann man das Negative re-rollen? Fuck this shit! I'm going home. Ah, ne, falsche Serie. Cathedral! Hi, Monstro. Vorsichtig. Ja, ja. Das sieht schon asozial aus. Ah, nöp. Nöpidöp. Moment, ich muss drängen. Ich auch. Okay. Wo hast du den Damage genommen? Eben gerade beim Brimstone. Fun Fact. Wenn du die Bibel gegen Blue Baby oder Isaac einsetzt, stirbst du instant. Das wusste ich. Ich wusste das bis vor einer Weile nicht. Ich weiß nicht, zu wem wir hingehen. Ich auch nicht. Okay. Ich habe einen guten Key. Okay. We're up for a night to get a Loki. Ich glaube, den Witz bringe ich jedes Mal. Ohhhhhhh. Doppelmoppeltreffer. AIM. AIM Loki. AIM Loki. Hm. Du kannst auch die Bibel nicht gegen Stan benutzen. Echt? Was passiert dann? Dann stirbst du auch. Wir haben zwei Attack fleißig gerade. Wir haben zwei. Wir haben zwei. Wir haben zwei Attack fleißig. Ich hab mir die gerade. Nee, ich hab's aber auch gerade gesehen. Nice. I'm not for a night to get a... I'm not for a night to get a Loki. I'm not for a night to get a Loki. I'm not for a night to get a Loki. Wurde ich getroffen. Ich glaube, du wurdest auch getroffen, oder? Nee, ich glaube, du wurdest nicht getroffen. Ich hätte mir das gehört. Nee, hier, du hast recht. Wir haben wirklich zwei Attack fleißig. Ja, jetzt. Ich glaube, jetzt wieder nicht mehr. Ah, es ist eine, die... Aktiv wird nur, wenn wir getroffen werden. Jupp. Ah, hier. Tinted Rock. Zurück, zurück, zurück. Das ist eine Ballzone. Nene, 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 nene. So ein bisschen schweres Ohr an die. Rapper night to get Loki. Rapper night to get Loki. We are up all night to get... Mhmm. Oh, rackleid. Von du meine ich. Hi, Death. Bye, Death. Bye, Death. Well, keine Baueres von den beiden. Moment. Oh, ich hab' eine... Ja, aber ich hab' keine... Bleachüss! Oh, Bommo! Ja, bei Nacht, geh, Loki! Oh, fucking shit! Fuck you, Loki! Was denn? Ah, nichts. Pfeißlauf! Pfeißlauf! Fuck you! Nö, Sir. Nö, Sir. Fuck you. Oh. Du dachtest vermutlich auch gerade an Joker-Karte. Jep. Cool. Ja, irgendwie schon. Let's do this. Hi, Isaac. Jep. Oh, oh, oh. Damn! Aha. Okay, für mich einer, für sie einer. Ah! Pass auf, hier unten ist es irgendwo sicher. Oh. In der Regel ganz unten rechts. Ah! Ja, ja. Mhm. Doppelteam. Ich bin... Ich hab' einen Smokinger! Hier ist es sicher. See what I did there? Fabulous! Jep. What's the f... Die haben's doch schon, oder? Und? Game over? Game over. Hat du das negativ genommen? Schade. Trotzdem, soviel dazu. Also, trinken. Ich sah zum Schluss noch so gut aus. Tja, gut aussehend gestorben. Muss meine kippen. Aber genug davon. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye! Tschüss. Und. Ted?